Sehr gerne zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Bubble Time. Heute geht es wieder los und zwar mit ein paar Informationen bzw. meinen News zur Bundesliga und allgemein der Fußballwelt. Es soll um einige Themen gehen, die ihr bereits im Titel sehen könnt. Wenn es euch heute wieder gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 750 Likes wären richtig nice, würde mich tierisch drüber freuen, denn ich will sehen, ob euch dieses Konzept bzw. diese Art von Videos gefällt. Und dafür wären Likes auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, kann man nichts gegen sagen. Und natürlich freut es mich auch, wenn ihr das Video hochlikt, denn es ist für mich immer das positivste und beste Feedback und einfach eine klasse Resonanz und eine großartige Unterstützung. Also einen Klick einfach betätigen und die helft mir damit wirklich sehr, sehr doll. So, genug um Likes gebettet, aber das muss in der heutigen Zeit einfach sein. Dafür mache ich keine roten Kreise und Pfeile aufs Thumbnail oder Pranke die ganze Zeit nur rum. Ich würde sagen, ich starte einfach mal durch und wir fangen an mit der Besprechung der Themen. Worum geht es heute? Einmal geht es um Niklas Bentner, dann geht es um Gibri Cissé, quasi zwei Legenden mehr oder weniger. Dann geht es um Hannover 96 bzw. um Alain Samaxima und die Talente. Und dann geht es zum Ende nochmal auf meine Champions League Reise bzw. um meine Champions League Tipps, die ich gerne abgeben möchte. Es wird natürlich eine Nachbesprechung zur Champions League als auch zur Euroleague geben, aber die Tipps dürfen noch nicht fehlen. Und dementsprechend gibt es die heute in diesem Video. So, starten wir erstmal durch und zwar mit den ersten Informationen. Und Teil 1 davon ist Gibri Cissé. Viele von Ihnen, viele von Ihnen, viele von euch kennen ihn vielleicht. Den berühmt berüchtigten Schimmelkopfgrüße an dieser Stelle an TBM. Ja, der hat seine Karriere beendet im Alter von glaube ich 33 Jahren aufgrund von Oberschenkel bzw. Hüftproblemen. Mittlerweile diese Verletzung auskuriert und jetzt möchte er wieder ein Comeback starten. Fände ich ziemlich nice. Was haltet ihr von Fußballern? Darum soll es eigentlich gehen, nicht um die Person an sich, die aus ihrem Ruhestand wieder zurückkehren. Beispielsweise Julio Baptista, äh, Baptista? Ne, Julio Baptista oder ist er Baptistao? Ne, Baptistao ist ja von Villarreal. Baptista, der ehemalige Madrilene, Gana und so weiter und so fort, hat auch bei Roma gespielt. Hat jetzt auch wieder, ähm, ja, den Weg in den professionellen Fußball gefunden. Zwar in die MLS, die von vielen belächelt wird. Aber trotzdem spielt er jetzt mittlerweile wieder beim Team von Kaká bei Orlando City und ist so gesehen auch mehr oder weniger zurückgekommen. Vielleicht wird Marcel Jansen auch irgendwann sagen, hm, mir fehlt der Fußball. Doch, ich glaube es eher nicht, denn er hat den Fußball nie geliebt. Aber kann ich mir theoretisch trotzdem bei vielen Fußballern vorstellen. Und deswegen würde ich ganz gerne wissen, wie sieht es aus? Seid ihr von Comeback an und würdet ihr euch freuen, wenn Cissé nochmal im Profiklub finden wird? Vielleicht geht er auch nach China, da kann er zumindest Geld verdienen. Aber ich denke mal aufgrund seiner sehr, sehr schlimmen Geschichte mit seinen beiden Schienen und Wadenbeinbrüchen. Einer davon kurz vor der WM 2006 war es, glaube ich. Ähm, ich würde ihm auf jeden Fall gönnen, wenn er nochmal ein bisschen Geld verdienen könnte, nochmal ein bisschen seine Klasse zeigen könnte. Und warum eigentlich nicht für einen Zweitligisten oder für einen chinesischen Verein oder eventuell für einen englischen Zweitligisten, also ich meine eigentlich mit Zweitligisten französischen, ähm, sollte es auf jeden Fall reichen, in meinen Augen zumindest. So, kommen wir zu Niklas Bender. Der Lord, mittlerweile ja vom Training freigestellt. Die große Frage ist, was macht der im Sommer? Es interessiert uns alle brennt und das ist natürlich auch die größte Sache, die momentan überhaupt nicht über die größte Personalie, die momentan frei auf dem Markt zu haben ist. Er wird im Sommer den Verein wohl wechseln, das steht fest. Die Frage ist nur, wohin geht der Mann nach China? Ja, will er Geld verdienen? Will er der chinesischen Kultur nochmal seine Lordhaftigkeit näher bringen? Will er dem chinesischen Volk die Möglichkeit geben, sich an ihm zu bereichern? Oder denkt er sich, hm, ich lasse nochmal andere sich an mir bereichern und gehe nochmal zurück in die Premier League? Bleibe ich vielleicht in der Bundesliga? Gehe ich in die Heimat, nach Dänemark und finde zweite Stärke zurück? Oder mache ich nochmal weiter eine Wandertour und gehe nochmal irgendwie, keine Ahnung, nach Österreich, nach Frankreich, nach, ähm, ja, Holland oder sowas? Ich bin interessiert an eurer Meinung, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Vielleicht geht er ja auch nach Russland, wäre auch eine Möglichkeit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er in die Premier League zurückgeht, vielleicht zu irgendeinem Zweitligisten, vielleicht auch zu irgendeinem Aufsteiger, wer weiß, was da schon passieren wird. Natürlich muss man mit dem Lord Clark kommen, aber ich denke mal, einige Charaktere, ähm, die in den Verein sitzen, könnten ihn auf jeden Fall zähmen. Auch in Frankreich könnte ich mir mir theoretisch vorstellen. In der ersten Liga gibt es da einige kleinere Klubs, die auf jeden Fall Interesse zeigen könnten. Das Problem dürfte das Gehalt sein. Das dürfte in Russland ein kleineres Problem sein. Auch da gibt es relativ viele Klubs, die theoretisch durch Bender bereichert werden können. Die Liga hat nicht so ein hohes Niveau und warum eigentlich nicht? Ich meine, Bender ist ein großer Name, würde die Trikotverkäufer anheizen und ist an sich auch einfach kein schlechter Fußballer. Er braucht halt nur Vertrauen, das ist in meinen Augen auch der ganz große Fehler. Wolfsburg hat auch bei der Verletzung von Bas Dost, ihm nie wirklich die Chance gegeben, sich zu beweisen. Nur beim Supercup hat er dann zwei Tore gemacht und was hat er dafür bekommen? Absolut nichts. Ich meine, der Guter trainiert nicht wirklich, aber er hat auch nie die Chance bekommen. Deswegen sehe ich Bender immer noch als guten Fußballer und nicht als gescheitertes... Okay, als gescheitertes Supertalent auf jeden Fall, aber nicht als schlechten Fußballer. Habe mir ja nicht aus Spaß nur bei 96 gewünscht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man nach Italien geht, vielleicht da zu einem kleineren Verein wie Carpio oder sowas, auch wenn die sich wiederum das Gehalt nicht leisten könnten. Oder in die MLS, wie sieht es denn da aus? Vielleicht zu LA Galaxy, die haben genug Geld zu den Seattle Sounders oder vielleicht auch zu New England Revolution, auch wenn das eher nicht ins Clubkonzept passt. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was glaubt ihr, was macht der Lord, die interessanteste Personalie auf dem Fußballmarkt kommt dann nochmal zurück oder ist seine Karriere jetzt nach dem Flop in Wolfsburg endgültig beendet? Wessen Karriere nicht beendet sein wird mit 19 Jahren, aber die auf jeden Fall jetzt einen kleinen Knacks erhalten hat, ist die von Alain Saint-Maximard. Leihgabe von Hannover 96, beziehungsweise momentan bei Hannover 96 beheimatet und eigentlich ausgeliehen. Wir beruhigen uns erstmal vom AS Monaco. Letztes Jahr noch bei Saint-Yen gespielt, dann im Sommer nach Monaco gegangen und ausgeliehen worden. An Hannover 96. Ein kleiner, trickreicher, schneller Spieler, der auf jeden Fall eine Menge Talent hat. Das ab und zu mal aufblitzen, diese unter anderem gegen Schalke 04, aber an sich zu selten die Chance bekam. Auch jetzt in den Zeiten, wo die Spieler von 96 immer schlechter werden und eigentlich gar nichts mehr leisten, hat er nie so wirklich den Durchbruch geschafft bei uns. Ist schade, er wird wahrscheinlich auch in der zweiten Liga nicht weiter ausgeliehen werden. Die Optionen, den Vertrag, den Leihvertrag, zu verlängern, aber stand sowieso nur für die erste Liga. Trotzdem finde ich das relativ schade. Ich mag den Kerl, allerdings hat er jetzt so ein bisschen, naja, Aufmerksamkeit auf sich gezogen, denn er ist ausnahmsweise nicht mit seinem Chevrolet, was sehr gut ist, weil der ist wirklich schön, der hat mal Maschsee gesehen, schönes Auto, sondern mit dem VW Touareg von dem Verein gesponsert. Wir sind ja mit VW gepartnert, durch die City gecruised und hat sich dann gedacht, hm, am Döhren der Turm, ich könnte das eigentlich mal abbiegen. Allerdings war da Straßenbahn. Ist eine doofe Ecke, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich war da auch schon ein paar Mal. Ist scheiße mit dem Auto, kann ich mir vorstellen, aber dummerweise hat er sie trotzdem gecrasht. Ja, ein Mann leicht verletzt worden bei dem Aufprall, ansonsten nichts weiter passiert. Natürlich Schaden am Auto entstanden, aber dann kam die Kontrolle und dann ist rausgekommen, der Alain, der hat gar keinen gültigen Führerschein. Oder vielleicht doch, keiner weiß es so wirklich. Auf jeden Fall gibt es ein bulgarisch ausgestelltes Papier. Die Aussage ist, ja, ich war oft mit meiner Mutter auf Klassenfahrten in Bulgarien und habe da meinen Führerschein zwischendurch gemacht. Ergibt an sich Sinn. Die Offiziellen von 96 konnten es glauben oder haben es geglaubt. Ist auch an sich gar nicht mal so schlimm, weil ganz ehrlich, man kann es nicht nachprüfen, auch beim Kraftwerbundesamt nicht. Und er hat ja bisher auch noch keine großen Auffälligkeiten gehabt. An sich hat er anscheinend einen Führerschein. Die Frage ist, darf er damit in Deutschland fahren? Beziehungsweise, was passiert jetzt damit? Weil er hat einen Unfall gebaut und natürlich ein riesiger Skandal. Nicht gut für 96 Image, nicht gut für sein Image. Aber ich finde auch diese Aussage, ungültiger Führerschein, bla bla, bla. Es gibt halt einen Führerschein. Die Frage ist nur, ist er gültig? Ist es erlogen? Nachweisen kann man es nicht. 96 kann man keinen Vorwurf machen, nur ihm selber. Und da er sowieso nach Frankreich zurückgeht im Sommer, ist das alles, ja, eine Lappalie in meinen Augen, die relativ schnell erledigt sein wird. Fehler passieren im jungen Alter, öfter mal. Und ich denke mal, da macht auch Alain Samaxima keine Ausnahme. Guckt euch seine Haare an. Da hat er bereits einen Fehler in ganz, ganz jungen Jahren begangen. Kommen wir zum letzten Thema. Und das ist vor den Champions League-Tippen nochmal Daniel Stendl. Und der hat nämlich direkt mal bei 96, und das ist natürlich jetzt wieder was für die 96-Fans, die auf dem Kanal beheimatet sind. Und mit mir ist da ja auch einer beheimatet. Die könnten das mehr interessieren. Daniel Stendl hat nochmal ein bisschen zugelangt und hat nochmal ein paar Profis, beziehungsweise Semiprofis, ins Training gezogen. Hat ja bereits Noah Joel Sarian Ren-Basee, der zuletzt einen Profi-Vertrag bei 96 bekommen hat, hochgezogen aus der U23. Und jetzt hat er auch, ja, weitere Spieler noch mit in den Kader, beziehungsweise mit ins Training genommen. Waldemar Anton war ja sowieso schon länger da. Allerdings gibt es jetzt noch einen Tim Diersen, der dazugekommen ist, den ich persönlich sehr, sehr talentiert halte. Ich wundere mich nur, dass Valmir Suleimani nicht mit dabei ist. Bei dem hätte ich es mir ehrlich gesagt noch gewünscht. Niklas Feierabend war ja sowieso dabei. Chan Tuna wurde aus der U23 ebenfalls hochgeholt. Und ja, ich denke mal, das sind auf jeden Fall vier Spieler mit Tuna Diersen, Sarian Ren-Basee und Feierabend, die in den letzten Spielen zum Einsatz kommen werden. Da bin ich mir relativ sicher. Und die auf jeden Fall auch eine Menge Potenzial haben und uns eventuell in Liga 2 definitiv weiterhelfen können. Genauso Timo Königsmann, der hat heute Geburtstag mit 19 Jahren, beziehungsweise gestern aus eurer Sicht, aus meiner Sicht heute. Und dem kann man auch noch auf jeden Fall alles Gute wünschen. Vielleicht hat das Video auch noch heute hoch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Aber ich versuche es auf jeden Fall mal sehen, wie das Ganze so gehen wird. Ich hoffe, dass der lange bei 96 bleiben wird und dass der in der zweiten Liga der Ersatzkippe von Schauner sein wird, wenn das nicht Randlinger sein sollte, weil der weggeht. Ich bin gespannt, wie das laufen wird. Aber auf jeden Fall sollte er in Zukunft irgendwann zwischen den Pfosten von Hannover 96 stehen. Und ich finde allgemein gut, dass er jetzt so ein bisschen mehr auf die Jugende eingegangen wird, was klar ist, weil Stendl der U19-Trainer war. Aber trotzdem sehr schön, dass er wirklich auch Taten folgen lässt und sagen an Rennemasee, Diersen, Chantuna und Niklas Feierabend wirklich aus dem Training teilnehmen lässt. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass die Kollegen demnächst auch ihre ersten Einsatz in der Bundesliga bekommen werden. Denn im Endeffekt ist es sowieso egal. Wir sind abgestiegen. Und warum dann nicht schon mal die jungen Spieler testen lassen? Auch Waldemar Anton beispielsweise kann nicht schaden. Man wird sie schon nicht verbrennen. Beziehungsweise hoffe ich, dass man sie nicht verbrennen wird. So, kommen wir zur Champions League. Kommen wir zu meinen Tipps für die Champions League. Und die sind relativ, nee, nicht offensichtlich, aber ich denke mal, die sind in Ordnung. Können wir gerne eure in die Kommentare schreiben. Allgemein die Meinung zu allen Themen. Das habe ich ja bereits angekündigt. Und ich sage mal, für heute Abend voraus, das ist das Falsche, das ist aus letzter Saison, wo habe ich denn meine aktuellen Champions-League-Tipps? Das ist jetzt die riesige Frage. Ich finde sie gar nicht. Ist aber egal. Da ist es, oder? Ist es das? Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Ich tippe übrigens gegen mich selber, sehe ich gerade. Naja, wie auch immer. Barca gegen Atletico. 2 zu 0. Habe ich für Barcelona getippt in diesem Spiel. Ich glaube, die sind einfach zu stark. Jetzt zwar die Klassik-Gruppeleite bekommen gegen Real Madrid, aber ich glaube trotzdem, dass die Atletico heute besiegen werden. Atletico natürlich stark, nicht zu unterschätzen, aber vielleicht können sie überraschen, aber ich denke trotzdem erstmal, dass Barcelona mit 2 zu 0 gewinnen wird, auch wenn ich mir wünschen würde, dass Atletico weiterkommt. So, Bayern gegen Benfica ist, denke ich mal, eine relativ einseitige Sache. Benfica ist stark momentan. Bayern hat sich gegen Frankfurt nicht so gut verkauft, aber trotzdem werden sie, denke ich mal, sich heute in der Leistung steigern und dementsprechend werden, da denke ich, ein 2 zu 0 für den FCB sehen. Also genau das gleiche Ergebnis, wie bereits bei Barca gegen Atletico. Ich denke, bei Barca trifft Messi und das gleich doppelt. Und bei beim FC Bayern, da trifft einmal Lewandowski und einmal Müller, die beiden Standard-Torschützen. So, morgen Abend dann, das tippe ich auch schon mal vorweg, beziehungsweise heute Abend, je nachdem, wann das Video kommt, PSG gegen Manchester City, PSG zunächst zu Hause gegen die Citizens. Ich denke, dass PSG in der aktuellen Form, auch wenn sie momentan ein bisschen am schwächigen sind, mit 4 zu 1 gewinnt. Ibrahim in Topform macht beide Tore für PSG und bei Manchester City wird Conor Aguero treffen. Der macht den, ja, Anschlusstreffer sozusagen, beziehungsweise den Ehrentreffer und den Auswärtstreffer, der ganz wichtig sein könnte im Rückspiel. Wie das ausgehen wird, ist die große Frage. Ich mag beide Vereine sehr gerne, am liebsten würde ich beide weiter sehen, aber das geht nicht, denn es gibt noch ein anderes Halbfinale und das heißt Wolfsburg gegen Real Madrid und Wolfsburg hat sich ja in der Generalprobe ordentlich verpatzt gegen Bayer Leverkusen mit 0 zu 3 richtig schön kassiert und ich denke, das wird sich jetzt auch fortsetzen, auch wenn sie zu Hause stark sind, kriegen sie, denke ich mal, eine richtig schöne Klatsche gegen Real Madrid. Ich kann auch nicht falsch liegen, aber ich glaube, Real ist momentan stark genug und will auch unbedingt weiterkommen und das Klassiko hat so ein bisschen den Auftrieb nochmal gegeben. Sie wollen die Champions League als einzigen Titelsaison holen und dementsprechend gewinnen sie auswärts in Wolfsburg mit 4 zu 1. Wolfsburg wird in Führung gehen, so nach drei Minuten ungefähr durch, spontan würde ich sagen, Bentner. Ha, Spaß, Draxler. Und dann kommt Ronaldo, dann kommt nochmal Ronaldo, dann kommt Karim Benzema und dann kommt zum grönen Abschluss noch Toni Kroos, der in Deutschland auch mal wieder trifft. Ja, das ist mein Plan. Das war's von diesem Video. Schreibt mal eure Tipps in den Kommentaren eure Meinung zu den Themen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dieser Newsflash, diese Bubble Time Episode hat euch gefallen. Bis dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao.